ist das wolkenkuckucksheim ich sehe aber gar keine wolken oder kuckuck nein nein dies ist mittelseeland mittelseeland wenn wir in wolkenkuckucksheim eintreffen stellen weist der bauarmee auf die den bösen büro stürmt damit ja ja schon gut aber zieht euch mal den neuen subwoofer rein die hinten eingebaut habe meine höhenhunde hört mal wie sie bellen das ist wahre musik er mit batman ist ein richtiger künstler dunkel nachdenklich ich bin auch dunkel und nachdenklich ein regenbogen entlang ganz nach oben der eingang ist unter dem regenbogen da in der ferne noch mehr regenböden ja hallo ich bin wenn wir zuerst spielen oder lege um die spiel jetzt machen aber du kommst ja nicht mal wie würde du warst ja nicht da und ich konnte nicht beitreten also spiel ich jetzt im level ja macht ja ich bin in rs 22 und mach schon mal weiter ja ich bin auch dann komm wieder rein ich habe doch eigentlich die server auch öffentlich kannst du diese wolken unterholen klar baby kannst du diese wolken unterholen klar baby kann man machen jetzt noch alle wolken kaputt Ja, Bettman hat eine Wolke runtergehochelt. Nimmst du Quad auf? Ja, dann geht's. Ah ok. Dann stürme ich mich. Ich hab's kapiert, er ist dein Freund. Ich hab's kapiert, er ist dein Freund. Ja. Ich hab's kapiert, er ist dein Freund. Ich hab's noch mal ein bisschen was. Ja, ein Schiff. Ja, ein Siegel. Sollte das Segel nicht in die andere Richtung zeigen? Das kriegen wir. Los geht's. Ich hab's geschweben auf unser Wolkenschöpflicht und Wolkentuckucksheim. Oh ja. Da kommen wir doch nie hoch. Vielleicht können wir einen riesen Drachen bauen und hochfliegen. Oder einer von uns könnte eine Treppe bauen. Wie es normale Leute tun? Das könnte natürlich auch funktionieren. Und Baby hat schon mal alles runtergebracht. Ja. Nein. 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 Hey wie Tobias, komm mal her! Kannst du dagegen klopfen? Ups, der ist verkehrt. Spielfrei, genau bei seiner Sorgen zu sehen. Ja, schlimm. Ich hatte die Szene, oder? Ja, geht. Ich wollte echt die gute Seite. Ja. Das ist glaube ich. Ja, mach ihn. gegen den Kopf. Nein, ich wollte in Wolkenkuckucksheim. Nein. Aber ein Hund, Kitty kann doch bestimmt keine bauen. Aber sie kann ja Regenkapitzen bauen. Ja. Einer, Kitty macht es noch aus. Fack ja. Und Beden. Es heißt, sie hat den Spielen hinterhaken dabei. Jetzt bräuse Emmett. Mensch vom Schuss aber. Die, 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 die. Oh, ich glaube, die lieben sich. Ja. Sie wollen euch helfen. Kommst du da rauf? Klar. Es wird kein Wildstyle überhaupt. Ja. Ich glaube, wir werden nicht die Flüge machen. Ja. Ja. Aber es ist nicht die Flüge. Es geht so wie die Kermitglieder. Ich habe die Flüge. Ja. Ja. Und die sind dann hier. von der Schüge. So, da war es jetzt wahrscheinlich da. Na ja, ich kommt noch vor, ne? So weiter hoch. Yes! Oh, fuck! Oh, Batman behez, man, du siegier. Ja, hast ja, du. Ah, nee. Es ist schon mal wieder was, bis dahin. Tutto spitzespiel. Ich kann das Begel holen, jetzt ist es nicht so gut, Kerofftell. Ah, da darf ich mir auf der Schere jetzt besetzen. Will mal Batman hier wer? Ja, doch kurz duschen. Hm, hier ist jemand der ganz Sehütte. Jetzt können wir jetzt da rein. Hier kann einer an Kitty da auch hochstehen. Hier ist er auch. Beide dieser Charakter. Und jetzt haben wir den Bogenpust. Das ist eine an Kitty, um natürlich kaputt machen kann, um dauerhaft noch was zu bauen. Jetzt kriege ich ein weiteres magisches Regenbogenkatapult. Nehmen wir an die nächste Ebene. Oh, ja, da ist es. Oh, ja, da kann ich mir dran ziehen. Ich hab... Ich will mich kurz hier. Ich will mich kurz hier. Ich will dich nicht mehr. Hm. Oh, nein, und Kitty kann nicht kaputt machen wir fort daran. Aber es ist noch was Neues. Nämlich eine Regenbogenbrücke. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt gibt es noch ein Bad Bogen, ja. Ich sehe, ich finde es nicht gut. Aufpassen. 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 Na ja, Wolkstar. Ja. Ich muss jetzt mit Yus wechseln. Aber da Wolkstar, Lefreuer, Esner, Verschirmender Amazon da aufbringen. Jetzt müsste mit Tobias wechseln. Damit er seinen Start zurück holt. Und dann muss er mit Yus. Ich kann ihn auch nicht spielen. Ich bin wohl als er mit seiner eigenen Mechanismus. Ich muss hier viel in den Boden. Oh. Ich denke, es ist ein Schlupster hier. Ich weiß nicht, ob ich da habe. Oh, das ist nicht cool. Das ist nicht so gut. Okay. Da verkauft jetzt ein Typ, der sich einfach dahin durch damit Batman sich da hochziehen kann, okay. Wenn Batman sich da hochziehen würde, wäre ich nicht okay, oder? Haha, ich glaube, ich weiß auch warum. Wie ein Joker, aber Joker ist ein Nerdzeug und Joker ist ein Cloud. Ja, sieht aus wie Traum. Ja, jetzt werden die Whiteslater hochziehen. Ist das alles? Du meinst doch ganz genau wie er kann mit Kids. Ich würde Whiteslater mit einer Interaktion schießen. Der Meister ist jetzt in einem Regenboden eingefangen, jetzt kann ich 1 und 4ty nehmen und das kommt rein. 1 und 4ty baut daraus jetzt ne Brücke, warte. Ach ne, ne. Das kommt da drauf. Das kommt da drauf. Ah, nee. Können wir uns jetzt schon was kommen? Was ist das denn mit Kidslater? Wunderbar mit Kidslater. Das ist der Top da jetzt gehen. Jetzt war er ja ein bisschen mit dabei. Wunderbar mit Kidslater! Ah, ne. Ah, ne. Ah, ne. Ah, ne. Ah, ne. Schon witzig wird, dass wir uns seit hier vielleicht Mechaniken verwendet wurden. Da hat niemand ne Power-Leiter mit dem hier sein, da auch. Hey, wir sollten Ausschau nach Anleitungsseiten halten. Batman Commander. Da oben ist eine Anleitungsseite. Ja, wirklich. Für mich hab ich auch gar nichts gesehen. Er möchte mal her. Erstmal hier oben ist es gegen ihn. Erstmal alles kaputt. Ich habe mir noch etwas gedacht. Das wäre jetzt schon das Band. Wenn ich die beiden sagten, ich bin das Meisterband. Dann habe ich noch etwas gedacht. Ich werde jetzt mal alle Waffe. Oh, da bin ich noch ein bisschen. Ich glaube, ich habe ihn in der Hand nehmen. Ja, nicht mehr. Er hat mir einen Swap. Oh, man macht's nicht mehr. Ich habe sie nicht mehr. Dann nehmen wir zusammen. Ich habe nie mehr gesehen. Ja, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich werde jetzt nicht mehr ein paar Leute zu machen. Ich werde dich nicht mehr damit anfangen. Ja, das ist doch wir. Genau. Da haben wir alle drin. Der kann damit jetzt so schönes bauen. Und das da. Das da. Und das da. Das da. Das da. Und das da. Schicke Rakete. Ja, fliegen wir jetzt dann mal. Also einsteigen bitte. Alle rein. Nächster Halt. Der Hund. Äh, wir fliegen zum Ort. Lord Business plant angeblich den Einsatz eines zur Waffe umgewandelten Tragel am Taco Dienstag, um die Welt, wie wir sie kennen, komplett zu zerstören. Bitte beruhigt euch. Es gibt noch Hoffnung. Der Besondere ist erschienen. Der Besondere ist erschienen. Palastwache. Ja, ihr hättet hier halt Kunde ins Haus. Weiter. Da. Da.